Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Das war schön mit Ihnen. Und wir gehen über zu unserer Serie Macht des Geldes mit Lana Turner als Tracy Carlyle und George Hamilton als Duncan Carlyle. Und der Bankpost Wähler Carlyle, der ist vor einen Ausschuss geladen. Es geht da um Investitionen in Südafrika und dann soll ein Computer seiner Bank zerstört werden. Also er hat eine ganze Menge von Problemen und da kann man nur sagen, good luck, Mr. Carlyle.